Let's play DZ Origins Wir fahren jetzt hoch und bauen eine Garage bzw. ein Fundament Wo machen wir das? Der Bus hat fast keinen Sprit mehr Vielleicht müssen wir noch schieben Der Turbo saugt den Sprit raus Ich weiß auch nicht Ja jetzt haben wir ein bisschen Holz gehackt Und meine Axt ging gleich nach 6 Holz kaputt War ein wenig enttäuschend Da ist die Base, die wächst langsam Guck mal cooler Voll geil Farkst du einfach mal da hinten irgendwo hin Ja irgendwo hin Weil du musst da ein BMW wegfahren Sonst kannst du wahrscheinlich nicht bauen Achso Ja da muss ich das Zeug entfernen Stimmt Aussteigen Gut Ich mach mal meine Taschen voll mit Materialien Wo du dann Oh danke Du musst aber noch ein Zementmixer hinstellen So ein geiles Team So stellen wir es mal hier ab Wir sitzen hier innen drin aus Nicht schlecht Nicht schlecht So Aussteigen Zementmixer müsste man Ich glaube ich habe einen drin in meinem Haus oder? Nein Ja das wäre Müssen wir gucken Ja wir sind das im Heli auch noch einer 3, 2, 1 So Zementmixer brauchen wir dafür Ich habe Ich glaube keinen 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 Zementmixer Dann gucken wir im Heli kurz Kleine kleine Garage habe ich Klaus In dem In dem Dings In der Mia Oder in du Ne im andern hin So Ich hab ja auch noch einen Ja Wir haben nochmal einen Kleine Garage hast du das Den Plan habe ich rausgenommen Rausgenommen Ja Aber das Ich nehme das raus tun Das brauche ich auch nicht Ähm Zementmixer Hier Da hast zwei Stück drin Du hast noch einen Zementmixer Ja ja Ich habe hier auch noch einen stehen Aber da will ich nur Stopp So So wie sie ziehen stehen Ok Hä So Was ist das für ein Zementmixer hier? Den habe ich gerade aufgestellt Ich will nur kurz gucken Wie Was die Windturbine braucht Achso Und dafür muss der erst stehen Das stimmt Ich stelle den Ich brauche den gleich wieder auf So 90 Grad hast du es 40 Grad So schräg Motorteil Zementmixer Schrauben Versteigungsmotor Blöd Ach Idiot ich brauche Schraubenschlüsse und so weiter Ich muss mal das Zeug rausnehmen Alles anziehen Achso Kannst du mir nachher nur kurz zeigen wo man die Schrauben luken kann Oder halt diese Ops Ah Für Diese Insel Ja Klar Weil für Die Windturbine brauchen wir Schrauben Oh Meine Temperatur geht jetzt langsam runter Muss ich aufpassen Dass ich nicht erfriere So was legen wir alles rein Warte mal Warte mal Ich komm da grad gar nicht Doch Ausrüstung Also ich hab Du läufst ja seitlich Kann das sein Dement Und Verstärkungsmaterial drin Drei Holz Dann brauchen wir noch 22 Holz Und 25 Stein Hol ichs Holz Und du kannst Steine aus der Mie holen Da ist eine Mie drin Überwärts Komm schon Ausrüstung Da sind 36 Steine drin bei mir im Ding sind noch viele Steine drin Wie viel braucht man 35 oder 25 oder 25 25 Was AOCGV1 Müssen wir mal gucken AOCGV Ne hier nicht Ah doch V2 haben wir AOCGV2 Steine drin Wo ist denn das Heli oder was Dingsbums Ja in meinem Heli Ah beziehungsweise in dem Dings Ah ok Sagen Bärth hat's glaube ich Bärth 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 16 Also gab es noch 16 Du 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 du, du zack Die Bärth Die und Sechs Dingsbums Tadadap Bärth Ian Was da Ich kann Sechs Verstärkungs AOCGV2 Zement sind drin 25 feuerholz und jetzt kommt steine noch 25 feuerholz sind drin 25 steine um 16 müsste eigentlich alles sein ja das problem ist das ist die stelle der der lkw stört ist rot zeigt er anotten auf am material steht drin was war ich habe glaube ich was falsches gemacht was was fehlt noch muss eigentlich rechts oben dran stehen was fehlt ich habe glaube ich zu wenig steine reingepackt 35 sein oder 35 ja ja ich habe 25 wochen erst gebaut von zwei minuten da kannst du mich nicht mehr erinnern passt passt zehn stück nicht mehr wir haben hier alles 35 weißt du was fehlt und ich Idiot hab keine Säge, keine Axt und keinen Klatschpartner warte ich schmeiß dir alles rein du mal bitte 10, ja danke, du mal bitte diese 10 Dinger raus danach ich hab nicht drauf geguckt, das sind doch 10 zuviel Axt, Klatschpartner und Säge musst du aber irgendwo haben warte kurz doch 10 zuviel ähm, 10 zuviel, ja, Klatschpartner, Axt und ne Säge und da sind 25 Steine, aber wir können glaube ich drin bleiben, oder? ach ja stimmt, es sind nur 5 Verstärkungsmaterial und nur 5 Zement-Säge das heißt ein Verstärkungsmaterial und ein Zement-Sack kann raus ja ok, dann hab ich brauchen eins aber was ich nicht verstehe ist äh, die Säge ist dann entweder wahrscheinlich im Bus ach so klar, ja ich hab keine Ahnung das hast du ja selber ja abgelegt glaube ich das ist ja... keine Ahnung aber ja, ich schmeiß uns nachher einfach wieder einen Bus rein, weil die ist drin, ja die ist drin sooo nach... hä? ach so ja, Dings, ich hab kein Dings mehr jetzt... abbrechen ich hab kein... äh... kein... kleine... keine Klappsparten den hab ich da auch rein ins Inventar ins Inventar hast du rein? äh, ich hab... äh, in den Rucksack rein in den Rucksack, ok, danke passt war alles in den Rucksack sooo... hehehe jetzt wird er aber hehehe fünfte Anlauf jetzt aber, du müsstest eigentlich nicht mal klappen hier so, einer noch weiter Bau, Garagenbau ah, ne Axt brauche ich noch, hast du auch reingetan, ja hast gerade noch gesagt, was du brauchst, halt sag ich, ich hab alles rein, im Rucksack aus welchem Axt ich brauch jetzt Platz, ich muss irgendwas rausnehmen, verdammt ne Taschenlampe brauch ich nicht, oder? ne, du kannst rausschmeißen du kannst eh keine Sachen ich bin müde, ich muss ins Bett ja, so geht's mir aber auch Bau, Grafenbau, so jetzt endlich, ganz sooo, so oder so jawohl ja, nach anfänglichen Problemen haben wir's doch geschafft am Ende hehehe yes so, dann tue ich mal das den Klappspaten wieder raus oder raus oder soll ich's dir in den Rucksack tun oder nebendings in in Bus ja tu mal in Bus rein ich tu's in Bus rein ja alles was ich von dir hab, tue ich das in Bus rein die Säge Axt Klappspaten und was hab ich ja passt so, so sieht also das Ding aus und danach kommt die zweite Stufe, gell, dann kommt noch die dritte Stufe, oder? wie war das nochmal? Pfff heisse Ahnung, noch ganz voll Geine Ahnung das hätten wir morgen erfahren, wenn wir oder nach, ja, nach dem Savory Star, also morgen werden wir wieder zacken und können wir weiter bauen genau ich beende mal die Folge erstmal und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, wenn wieder was Tolles passiert und ich euch das zeigen kann bis dann bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.